Wir alle kennen den Zeitpunkt, wo wir geboren worden sind, aber wir wissen nicht, wann wir sterben müssen. Wenn es dann so weit ist, wäre es natürlich am schönsten, wir könnten am Morgen aufwachen und tot sein. Aber das kann man sich auch nicht auswählen. Und darum kann ich hoffentlich einmal selber bestimmen, wenn ich die Welt verlassen. Es bereut mich zu wissen, dass ich die Patientenverfügung von Exit habe, die mir hilft, dass ich ohne Leiden gehen kann. Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft!